hallo meine freunde und willkommen zurück zuletzt bei kingdom hearts 3 im letzten mal damit den olymp betreten und ja ich würde mal sagen wir gehen jetzt als erstes mal hier lang ich will jetzt doch nicht den anderen weg gehen ich geh jetzt zuerst mal hier lang weil es sieht halt auch alles so richtig aus irgendwie jetzt gehen wir erstmal hier lang so kann ich da drauf nein aber hier so ja ok hier sieht es doch schon mal sehr gut aus aber das gefällt mir hier aber können piraten schiff zur sequenz abbrechen und gleich finale aber ich kann die zweite form wieder stimmt der fokus dem muss ich auch mal probieren dem will ich ja auch noch ausprobieren aber bei zwei gegnern lohnt sich doch jetzt nicht hätte ich am anfang des kampfes machen müssen sind die irgendwo nicht ich habe keine ahnung ob ich jetzt hier richtig bin oder wo ich bin oder ja hier gemacht mal kaputt da da ist keine kiste da auch nicht oh das sieht richtig aus da will ich gerade mal noch nicht hin wo geht es denn lang wenn ich hier lang gehe ich will doch endlich wieder ich will endlich irgendwie so ja kann man kann man so stehen lassen das problem ist ich bin währenddessen während ich anvisiere wenn ich die gegner anvisiere bin ich verwundbar und das ist ein großes problem vor allem bei großen bei großen gegner ich kann den noch mal machen und gleich noch mal herzkönig diesmal jetzt bin ich leer ok ich würde mal sagen jetzt reicht aber endgültig jetzt weiter form ich bin hier richtig windschritt während du mit der multifokuszielmarkierung etwas ins visier nimmst kannst du auch viereck drücken um dich augenblicklich an die zuletzt anvisierte stelle zu teleportieren dabei führst du einen sogenannten windschritt aus ein windschritt verbraucht die energie der fokusleiste nicht kannst du dir also nach belieben einsetzen das ist cool ich will zuerst einmal dann hier lang das ist so verzwickt hier überall du kommst halt nicht überall hin und wow really hier ist ja gar nichts hier ist ja gar nichts aber da muss ich ja dieses dieses gleiterspiel was ich da gemacht habe wo ich gestorben bin das muss ich ja dann gar nicht machen okay so erstmal hier wunderbar gibt es hier eine kiste irgendeine kleine kiste so da oben ist der visierpunkt aha das ist cool ähm ähm okay äh jetzt fuck ich habe mich verklickt okay ich kann mit dem teil nichts machen ah ich glaube ich weiß was das problem war ich glaube ich weiß was das problem war so nein kann ich von hier aus noch weiter hoch äh ja kann ich aha da könnte ich nochmal rüber aber ich will zuerst mal schauen ob es hier eine kiste gibt nein gibt es nicht himmelsspitze und sonst ist hier nichts okay ich bin ich bin ich bin Nein, ich bin derjenige Geräte jetzt, Bullboy. Geh nicht zu komfortabel, Hades! Huh? Huh? Wir werden dich verraten! Was? Geh sie! Sura! Donald! Goofy! Es ist auf! Also ich habe mich ja beschwert, dass das Spiel zu leicht ist, aber gegen drei Titanen, das ist dann doch ein bisschen viel. Wow! Gegen drei Titanen, oh Gott, das ist dann doch ein bisschen viel. Huh? Nein! Ui 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 ui! Ui 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 ui! Der ist doch sicher gegen Feuer anfällig! Okay! Und Feuer! Zweite Form! Wenn sie mir was bringt! Na komm schon! Jetzt reicht's Wutform! Und jetzt? Ja! 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 Und Finale! Hercules, tu was! Oh yeah! Finale! Aber wir sind noch lange nicht fertig, weil Magie Karussell. Drücke X, wenn der größer werdende Ring aus Licht mit dem äußeren Kreis überlappt. Okay. Im Gegner in der Luft zu schleunen und den massiven Schaden zuzufügen. Drücke weiter im richtigen Timing X, Karussell schneller anzutreiben, ein Kombo, okay. Okay! Okay, kriege ich im Kriechen! Okay, kriege ich im Kriechen! Hoff' ich! Yes! Ja! Es gefällt euch, ne? Ja! Ja! das wusste ich aber mal heilen schon weiter wasser okay nein das war knapp der erste zitane ist kaputt sehr schön auf ihn los geht's und wasser oh yeah das hat ihm geschmeckt weg da weg da weg da weg da okay hi sag uns dann kriegst du noch ein paar mal rein na komm geh drauf magie karussell yes sieh dir die scheiße an um den kümmern wir uns jetzt auch noch stratos erst mal analysieren was er nein erst mal analysieren feuer rein bringt es was anscheinlich ein bisschen was okay zweite form auf ihn ja macht aber auch schaden hier okay und so viel Bomber hinterher so als könnte ich mal ne heilung gebrauchen das hat mir getan aua okay 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 wir kriegen das hin wir kriegen das hin so jetzt bin ich hier im flow ich bin so im flow angreifen okay komm schon yes oh jejeje yes okay kurze heilung na komm schon jetzt zweite form na klar gleich weitermachen oh yes weiter mit feuer und fuck feuer ah das war nicht gut na okay 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 alles gut auf ihn los schon er hat nicht mehr viel okay plasman out jetzt reicht's gib ihm ja los gib ihm yeah und finale so gefällt mir das oh oh ich sterbe gleich feuer ah stirb fuck kann der nicht endlich mal sterben jetzt muss ich das hier auch noch überleben okay gehen wir hin fuck okay 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 seht ihr aus wir kommen gut wir kommen gut voran würde ich mal sagen und tschüss und die ist nie we 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 Oh, oh, now it's all four of them. So what? There are four of us, too. Actually, I think I can make it five. No! Oh, thank you my boy boy Now watch your old man work I Can't believe it I put 80 years into that plan and you ruined it I really don't like you Just give it up already You'll never beat her no matter how many times you try Yeah, stay in the underworld where you belong Enough already I did not come this far to be ridiculed by Zeusy High and Mighty His little sunspot And a trio of clowns You know what I'll just go ahead and destroy you Hades The exit is that way Hold on I almost forgot That one's for trying to wreck thieves You'll pay for this I have a very very long memory I can still dunk your little nutmeg in a river of death Are you sure you want to leave all this behind? Isn't Olympus your home? And your family I can see my family anytime I want If I stayed, I'd have to be apart from the person I love most And that life would be empty I finally know where I belong Hercules Sora, we never got back to your question Can I help? Can I help? Hmm, it's okay I think I'm meant to figure it out for myself I'll find my strength the way you found yours Something to fight for With all my heart Hmm, I guess you did have the answer Well, you've got heart, Sora Just keep at it And I know, you'll be stronger than ever Yeah, I might even end up stronger than you are There we go again Ein neues Schlüsselschwert Yes! Heldenwiege Ein Schlüsselschwert mit Fokus auf Angriff Formänderung, Konterschild Formänderung Ja, das ist dann wahrscheinlich mit der zweiten Form Okay, Konterschild Okay Manche der Schlüsselschwerte, die du erhältst Sind in der Lage, sich zu transformieren Alter, was haben die eigentlich noch alles eingebaut? Das wird fast schon ein bisschen too much Sie können eine sogenannte Formänderung durchmachen Jedes Schlüsselschwert hat seine ganz eigene Formänderung In seiner geänderten Form lässt sich Ein Schlüsselschwert andere Kombos und Zauber ausführen Andere Zauber? Sind es da noch andere Zauber Sind es da noch Zauber, die ich persönlich gar nicht kenne? Beispiel In dem Sinne gerade Blitz zum Beispiel Ich kann ja noch keinen Blitz Außerdem kannst du einen vererrenden Abschlussangriff auslösen Und den du drei drückst Das Übliche Wenn du eine Schlüsselschwert Formenveränderung auslöst Ändert sich womöglich auch sowas Aussehen Ich seh's Entsprechend Und du erhältst Zugriff auf eine neue Auswahl spezieller Fertigkeiten Manche Formenänderungen eignen sich gut für die Defensive Andere wiederum für das Wirken von Magie Experimentiere herum Womit du am besten zurechtkommst Also ist das dieses Schlüsselschwert Wo ich von Herkules jetzt bekommen hab Definitiv für die Defensive Konterschild, genau das Schlüsselschwert Heldenwiege Kann sich per Formänderung in eine Defensivwaffe namens Konterschild verwandeln Achso, ok Halte 4 gedrückt Während das Schlüsselschwert verwandelt ist Um für eine bestimmte Zeitspanne eine dauerhafte Abwehrhaltung einzunehmen Ok Was hab ich dann davon? Das Blocken von gegnerischen Attacken Lädt dein Schild bis zu einem Maximum von zwei Stufen auf Drücke X Während der Schild aufgeladen ist Um je nach Ladestufe einen speziellen Blockkonto auszuführen Ah Ok Kann das auch irgendwas Neues? Schlüsselschwert wechseln Ja Oh Ich Sag mal Was denken die sich bei dem Spiel? Kann ich jetzt auch während dem Kämpfen mein Schlüsselschwert wechseln? Fuck Boah, was bauen die noch alles ein? Sora kann bis zu drei Schlüsselschwerter zur selben Zeit im Kampf mit sich führen Um zwischen ihn zu wechseln, bewege den Zeiger im Kommandomenü auf Angriff Und drücke links rechts Ah, ok Wechsel das Schlüsselschwert je nach Situation Und selbst mitten in einer Kombo Das ist interessant Mitten in einer Kombo Das ist interessant Damit verleihst du den Kämpfen noch mehr taktische Finesse Heldenwege Heldenwege Der hat Schauen wir mal so Der hat das Schammeur Formänderung Ach so Ich verliere dadurch meine zweite Form Ich verliere meine zweite Form Wenn ich mit Heldenwege kämpfe Aber Heldenwege hat mehr Angriff Wir können es ja mal ausprobieren Und das Gute ist ja Wir können ja die ganze Zeit so hin und her switchen Also in dem Sinne ist das eigentlich kein Problem Wobei ich sagen muss Ich schaue es mal an Vielleicht das Kontoschild ja was cooles Allerdings Die zweite Form fand ich persönlich sehr sehr gut Dementsprechend Würde ich die nur sehr sehr ungern Wechseln Fertigkeiten mal kurz schauen Ich glaube da haben wir doch noch Haben wir da nicht irgendwas Neues Nein Ne Okay